AI ist noch ein großes Thema die nächsten 6-10 Jahre, wir sind jetzt am Anfang... Ja, das ist es halt, das ist ja alles erst gerade in der Entwicklung. Ich komme ja nun mal, wie es der ein oder andere weiß oder vielleicht auch nicht weiß, aus dem Videografie-Bereich. Also ich mache hauptberuflich Image-Filme für Firmen, habe auch mal Hochzeiten und Events und so gefilmt, das ist jetzt eher weniger, weil sich das einfach für mich nicht mehr lohnt. Aber generell mache ich halt extrem viel in der Videobearbeitung. Und wenn ich schon einen Hochleistungs-PC habe und ich muss dann 6K-Videos, 120 FPS muss ich rendern oder dann, wenn ich einen Freelancer mal organisiert habe, der mir CGI-Partikel rausrendern sollte oder so, dann sagt er, ja, Ergebnis habe ich dann in 6 Wochen. Warum? Ja, weil eine 14-sekündige Szene 3 Wochen dauert zu rendern. Damit eine 14-Sekunden-Szene zu rendern. Sichere dir einen 10-Dollar-Cashback-Voucher für deinen ersten Trade auf CoinEx. Spare zusätzlich deinen Leben lang Gebühren mit dem Link in der Videobeschreibung. Und wenn du dann einfach Projekte hast, die dir genau diese Rechenleistung dezentral über ihr Netzwerk zur Verfügung stellen, was du einfach hochladen kannst und dann, klar, lassen die sich das bezahlen, ist ja logisch. Aber dein Projekt, was du da einfach hochlädst und du renderst das raus und bist dann 5 Minuten fertig, was dir das, beziehungsweise mir das ja auch wirklich in meinem Job, an Arbeit erspart, das ist einfach komplett genial. Und das ist jetzt erst der Anfang, dass das alles verbessert wird. Also wenn das, was heute geht, wenn das vor 8 Jahren schon so funktioniert hätte, was mir das an Arbeit gespart hatte, wirklich, oder an Kohle vor allem auch, die ja dabei drauf geht. Wenn ich eine CGI-Szene selber erstelle und rendern lasse, kann ich meinen kompletten PC 14 Tage nicht benutzen. Und danach kann ich mir eine neue Grafikkarte bestellen, weil die durchgeraucht ist. So, also das ist ja, diese Projekte, die haben ja wirklich genau das, was die Welt tatsächlich braucht. Das ist ja ein Echtweltproblem, was gelöst wird. Und das ist es ja eben, was diesen digitalen Markt in die Echtwelt einzubringen, deswegen ja auch Deepin, eine entsprechende physische Infrastruktur zu erstellen. Eine dezentrale physische Infrastruktur. Das löst eines der größten aktuellen Probleme einfach. Und deswegen geht das steil. Und deswegen fokussieren sich auch so viele Projekte da drauf.